Der Kleinteile-Kommissionierer EKM 202 ist dank eines robusten Stahlrahmens mit Rahmschutz und eines stabilen Masts die ideale Lösung für den Transport von Waren. Die obere Ablagefläche des stabilen Masts verfügt über eine Tragkraft von bis zu 100 Kilogramm. Dazu kommt eine Tragkraft von 115 Kilogramm von der unteren Ablagefläche, so ergibt sich eine Gesamttragkraft von 215 Kilogramm. Dieses Gerät vereint drei Geräte in einem, einen Personenlift, eine Leiter sowie ein Transportgerät. Dieser praktische Helfer für Produktion, Lager und Großhandel ermöglicht das Kommissionieren der dritten Regalebene. Dank des Masts kann eine Kommissionshöhe von 5,30 Meter erreicht werden, so ersetzt der Kleinteile-Kommissionierer den Einsatz von Leitern und ermöglicht so Wartungsarbeiten andecken. Der 2,2 kW starke Hubmotor hebt Waren und Personen sicher und zuverlässig. Das Gerät ermöglicht sogar gleichzeitiges Heben und Fahren zur direkten Ansteuerung von Artikeln im Regal. Mit einer Hubgeschwindigkeit von 25 Millimeter pro Sekunde lassen sich Materialien zügig auf die benötigte Arbeitshöhe transportieren. Der Kommissionierer ist für den Inneneinsatz vorgesehen und dank seiner kompakten Größe mit einer Breite von nur 75 Zentimeter und seiner Wendigkeit durch die feinfüllige Lenkung gut für kleinere Räume wie zum Beispiel Filialen geeignet. Mithilfe des ergonomischen Lenkknaufs sowie einem Fahrschalter mit Daumenbedienung lässt sich der EKM 202 bequem verfahren. Das Gerät kann eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 8 kmh erreichen. Die definierte Nulllage sorgt für sichere Geradeaus- und Rückwärtsfahren. Der Mast wird sicher und intuitiv über die Zweihandbedienung gesteuert. Die Zweihandbedienung sowie die kapazitativen Sensoren sorgen für Sicherheit, da der Fahrer während der Bedienung nicht aus der Fahrzeugkontur herausgreifen kann. Der batteriebetriebene Kommissionierer ist standardmäßig mit vier wartungsfreien 24 Volt Batterien ausgerüstet, welche sich über das integrierte Ladegerät an jeder 230 Volt Steckdose laden lassen. Optional kann der EKM auch mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet werden. Den Kleinteile-Kommissionierer erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen. Neben dem Grundmodell bieten wir Ihnen den EKM 202 auch inklusive elektrisch verstellbarer Plattform, automatischer Türverriegelung, Blinklichtern und Warntönen oder nur mit verstellbarer Plattform und automatischer Türverriegelung an.